ja moin moin leute die feiler hier und willkommen zu einem neuen video von mir auf meinem kanal in dem heutigen video möchte ich euch mal fünf gründe nennen warum ww classic für mich immer noch das beste mmo ist was man momentan spielen kann und warum ich mich einfach immer noch jeden tag mega gerne in das spiel einlogge ich meine wir haben jetzt ungefähr schon ein jahr länger als ein jahr mittlerweile schon seit dem release von ww classic und ich denke wir können uns darauf einigen der hype ist vorbei viele haben uns schon verlassen auf der reise viele sind schon wieder in anderen spielen unterwegs und für mich ist es einfach immer noch das beste spiel overall auch momentan und ich möchte euch heute quasi meine top 5 gründe nennen warum ich mich immer noch gerne in ww einlogge und sagt mir gerne mal in den kommentaren was sind eure top 5 vielleicht einfach mal so fünf oder fünf schlagwörter einfach ein ballern was sind eure top 5 gründe warum ihr euch heute mehr als ein jahr nach dem release von ww classic immer noch sehr sehr gerne in das spiel einloggt ich bin gespannt ja der allererste grund ist die level phase beziehungsweise die hörde level 60 zu erreichen das wird vielleicht der ein oder andere der mir auf twitch quasi folgt übrigens by the way ich bin hoffentlich jetzt wieder dreimal die woche live immer dienstag donnerstag und sonntag ab 19 uhr auf twitch hier unten mal meine twitch verlinkung und die leute werden sagen die pfeile aber du levelst doch eigentlich nicht gerne so also von wegen warum schreibst du uns allerersten grund rein warum du dich quasi gerne in ww einloggst dann die level phase und das stimmt schon ich persönlich level mittlerweile nicht mehr so gerne ich vermute aber das wird ein bisschen einfach mit meiner übersättigung stattfinden also ich meine ich spiele ww classic jetzt seit wirklich vielen vielen jahren mittlerweile schon auf dem ein oder anderen server und deswegen ich glaube ich habe einfach schon so oft hochgelevelt mich reizt die phase an sich persönlich nicht mehr aber ich weiß einfach von sehr vielen leuten dass das leveln einfach für sie ein elementarer bestandteil von dem spiel ist und wenn man nicht die möglichkeit hätte neue charts hochzuleveln dann hätten sehr viele leute schon mit dem spiel gequittet ich sehe das wirklich bei sehr vielen leuten also die leveln einen char hoch und wenn der level 60 erreicht hat werden paar dungeons gemacht ein bisschen graded und dann wirkt eigentlich schon wieder dann direkt der nächste gelevelt und ich glaube das geht einfach vielen da draußen so ich habe die level phase aber aus einem völlig anderen grund hier an erster stelle stehen in meiner top five liste weil ich einfach denke dass diese hürde einen 60er zu haben der auch gutes gear hat und den man auch spielen kann dies einfach unglaublich wichtig für das feeling für die leute die auch schon level 60 sind und endgame content machen ich glaube einfach es ist einfach unglaublich angenehm und es fühlt sich irgendwie viel viel authentischer und und ja cooler an letztendlich auch einfach dass nicht jeder einfach mal so kommen kann wo w classic quasi installieren kann und mit paar klicks irgendwie hat er quasi nen gut equippeden 60er den er spielen kann da steckt schon ein bisschen mehr hinterher also diese hürde einen level 60er chart zu bekommen ist glaube ich einfach etwas was viele leute abschreckt video the classic zu spielen auf jeden fall aber irgendwie macht es das auch für die leute die es dann spielen weiß nicht so einzigartiger und irgendwie dann ist es etwas besonderes wenn man den high level scharf im service das ist einfach meine meinung und vielleicht lüge ich mich auch einfach so ein bisschen selber an wenn ich immer sage so dass ich leveln gar nicht mag weil wenn ich mich so zurück erinnere welche phase eigentlich in ww classic mir am meisten gefallen hat dann ist es ganz klar die anfangsphase in allerersten hochzuleveln auch jetzt hier in ww classic vor einem jahr mit den leuten anzufangen auf einem server dann hochzuleveln wir zu holen alles ist irgendwie frisch und neu und aufregend und spannend und man hat noch nicht wie hunderte an materialien auf der bank und jeder ist irgendwie so dabei schnell hochzuleveln also ist schon irgendwie einfach so ja so diese reise auf level 60 am anfang gerade mit dem allerersten schaden classic das war wirklich das feeling einfach irgendwie das wird man auch so nicht nochmal bekommen classic auch mit den danach folgenden scharfen wahrscheinlich nicht mehr und ja vielleicht lüge ich mich da ein stück weit einfach selber an dass ich level nicht mag keine ahnung und ich glaube einfach so dieses gefühl immer wieder was neues entdecken zu können das wollen sich die leute immer wieder neu holen indem sie neue charaktere hochleveln so der zweite grund warum ich mich immer noch mega mega gerne in ww classic einlogge ist einfach das server feeling man fühlt sich einfach wie wenn man nach hause kommt wenn man sich auf seinen server einloggt und deswegen war es auch ein fehler von mir vor einigen monaten auf mehreren servern zu spielen ich habe einfach dann relativ schnell gemerkt ja man hat dann sehr schnell quasi den anschluss verloren auf einem server wenn man auf dem anderen gespielt hat hat nichts mehr wirklich mitbekommen und da habe ich wirklich noch mal gemerkt wie wichtig so dieses gefühl ist einfach dass man die leute auf seinem server kennt dass man sie so gemeinsam eine geschichte mit denen irgendwie auch hat ja manche leute kennt man vom leveln manche leute von einer anderen fraktion hat man vielleicht manchmal umgehauen früher irgendwie oder sie haben einen immer gegangt man hat so diese beziehungen zu den leuten und es ist nicht so eine anonymität wie lauf wie in vielen anderen mmo spielen finde ich man hat sich einfach so im laufe der zeit ja diese community irgendwie ich da so reingelebt und das ist glaube ich einfach auch ein unglaublich starker punkt warum es den leuten auch so schwer fällt dann vielleicht auch andere spiele mal auszuprobieren oder einen anderen mmo quasi anzufangen weil man einfach irgendwie so seine gewohnten leute dann so hat die man kennt mit dem man pvp macht und das ist einfach so ein einzigartiges feeling in ww classic immer noch und es gibt zum beispiel auch im vergleich auf zu retail ww keine crossweb server es gibt zwar crossweb battlegrounds leider aber das wird wahrscheinlich auch sonst oder wäre zu umständlich wahrscheinlich gewesen wenn man es nicht gemacht hätte kann ich schon ein bisschen verstehen aber es gibt quasi jetzt nicht crossweb server in dem sinne das heißt wenn ich auf patchwork irgendwo in stormwind rumrenne dann kann da jetzt nicht auf einmal und spieler von keine ahnung lucifon eben auch um rennen sondern jeder hat so den seinen eigenen server und wenn man auf einen anderen möchte muss man eben komplett transferieren deswegen diese geschlossenen community sind für mich habe ich von anfang an gesagt einer der hauptgründe warum classic einfach so ein geiles game ist irgendwie und das hat retail leider verloren und ja deswegen spiele ich übrigens auch nicht so gerne bg ist weil man da eben oft leute dann killt oder von leuten gekillt wird die auf anderen servern spielen und das ist dann halt einfach nicht so was persönliches wie wenn die von dem eigenen server sind wo man dann vielleicht die gillen kennt oder keine ahnung mit den hochgelevelt hat oder gegen die gelevelt hat wie auch immer ihr wisst was ich meine ja deswegen bleibe ich bei dem punkt das ist einfach immer noch einer der wichtigsten gründe für mich diese geschlossene server kultur ist einfach wie geil und deswegen schaut auch an alle patchwork leute deutscher pvp server patchwork hashtag patchwork in die kommentare wenn ihr auch auf patchwork spielt kommen wir zum dritten punkt loot und items bedeuten noch etwas items sind wichtig ja ww classic ist und bleibt mir giermühle ja ihr habt das eine tset voll dann kommt der nächste raid im es wieder fahren und 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 auf jeden fall bin ich bei euch aber trotzdem finde ich ist dieses system von den einzigartigen items die droppen können hundertmal geiler als irgendwie jedes andere system was ich mir irgendwie vorstellen könnte was man auch zum beispiel in ww retail gesehen hat also bekommen dann irgendwie personalisierten loot oder man muss dann mit den items danach noch irgendwelche sachen machen oder das item an sich kann verschiedene level stufen oder so haben und dann droppt nicht die entsprechende level stufe nein ich finde einfach das geile in ww classic ist einfach die items an sich sind einfach einzigartig es gibt sie nicht irgendwie in abgewandelten form und dieses streben danach irgendwie so dieses streben nach bestimmten items die man einfach haben möchte aus irgendwelchen gründen sei es weil sie irgendwelche nützlichen eigenschaften im pvp haben scale of impending doom zum beispiel solche geschichten also mit irgendwelchen ruhe fraktion verbunden sind und weil sie einfach mega selten trocken sind wie auch immer warum auch immer so dieses streben seinen schar mit den jeweiligen items zu kippen finde ich einfach sind für mich im grund er ist für mich ein grund warum ww classic einfach mit das geilste mmo ist einfach noch und jetzt kommen so ein bisschen auch also vermischt sich das ein bisschen mit den anderen punkten da kommt auch das diese server der zweite punkt dieses server feeling wieder mit rein dass man dann auch gesehen kann auf seinem server was die leute für eine gier haben dass das man kann das nicht transmoggen kann oder irgendwie verändern kann im nachhinein wenn man kann einen schaden drauf machen und fertig haben das quasi einfach ein item sowie es quasi existiert sowie es droppt so sieht es auch am spieler am ende aus das finde ich einfach vom gefühl her unglaublich wichtig weil ich auch als pvp spieler einschätzen kann okay ist derjenige gut ist derjenige schlecht hat er gutes g schlechtes g irgendwie das finde ich einfach so unglaublich wichtig in einem mmo dass man von außen sehen kann womit habe ich es zu tun irgendwie und deswegen loot items an sich und auch gerade dass man manche items nie bekommt es gibt leute die waren 300 mal in brd und haben immer noch nicht die gladiator chain finde ich einfach unglaublich wichtig und das ist einer der gründe warum ich mich immer noch mega gerne in ww classic einloggen kommen wir zum vierten punkt world pvp leute für mich einfach immer noch eine der hauptgründe was für ww classic ausmacht einfach sich einloggen zu können nach fairwood zu fliegen rumzureiten leute umzuklatschen und fertig oder umgeklatscht zu werden natürlich auch für mich einfach immer als pvp spieler immer noch einer der hauptgründe warum ich einfach ww classic immer noch jeden tag feiern und mich gerne einlogge und ich verstehe auch immer gar nicht wie so viele leute raiden gehen können und dann irgendwie nur raid loggen oder nur pve machen oder wie nur gold farben und ach ja ich denke mir mal so macht doch dann irgendwie auch mal geile sachen mit eurem loot aber gut muss man vielleicht auch einfach verstehen dass einfach vielen leuten reicht dann einfach der pve content halt einfach schon aber gerade im world pvp trifft man dann eben auch auf diese server internen konflikte dann trifft man auf die gilden die dann irgendwie die eigene gilde mal dabei gehindert haben irgendeinen world boss irgendwie zu killen und dann ist man dann irgendwie nochmal extra quasi aggro gegen die und kämpft dann gegen die holt leute zu hilfe um den zu ganken dann holt der wieder leute also gerade das ist irgendwie das was für mich das wahre pvp bedeutet und nicht irgendwie so battleground pvp ich kann verstehen dass battleground pvp auch viele leute sehr viel spaß macht und es ist auch eine coole quasi ergänzung zum pvp aber so dieses wahre pvp ist für mich einfach auf meinem server mich mit den leuten zu bekriegen und weil dann ist es auch gerade noch mal so viel viel bitterer wenn man dann von den leuten umgeklatscht wird und die man dann irgendwie kennt mit denen man hochgelevelt ist irgendwie und jeder von euch kennt das irgendwie so diesen einen spiel auf eurem server den irgendwie gar nicht ab könnt und mit denen irgendwie schon seit monaten eine fehde quasi aufrecht habt und das ist einfach für mich ja muss ich sagen immer noch einer der hauptgründe warum ich mich jeden tag sehr sehr gerne in ww classic einlogge kommen wir zum fünften grund warum quasi ww classic für mich das beste mmo immer noch ist und ich mich sehr gerne einlogge und zwar solo content das heißt sachen die ich einfach alleine machen kann und das wird viele wahrscheinlich überraschen ich denke mal viele wenn ihr euch wenn ihr eure eigene top 5 liste macht dann wird auf jeden fall der raid content wahrscheinlich bei euch da drin sein und kann ich auch verstehen und ich finde auch die raids in ww classic sind einzigartig die sind legendär die sind gut gemacht da steht viel lore dahinter viel loot auch natürlich und wenn ich jetzt nicht persönlich das alles schon so oft gemacht hätte dann wäre sicherlich auch der raid content in meinen top 5 drin ich persönlich freue mich momentan einfach mehr auf burning crusade raid content den habe ich nämlich noch nie so wirklich gemacht weil ich einfach damals im originalen burning crusade sehr viel arena gemacht habe sehr viel pvp gemacht habe ja und einfach nicht graded habe von daher ich guck dir gerade die dann an auf meinem bildschirm hintergrund also die dann einmal zu killen das ist auf jeden fall mein goal für burning crusade nein aber tatsächlich für mich sind die sehr solo content einfach tatsächlich der hauptgrund warum ich mich immer noch mega gerne in ww einlogge und das sind unglaublich viele sachen die man da machen kann sei es irgendwelche neuen kreativen goldfarm methoden zu finden es muss nicht immer boosten bedeuten das kann auch einfach sein mit dem schocken zum beispiel welche stelle es sich ausdenken wo man truen looten kann oder wo man irgendwelche bosse alleine machen kann in da ja mal und und da gibt es unglaublich viele dinge die man auch sich noch überlegen kann und auch einfach selber kreativ sein kann wo man eben sich solo mit seinem char beschäftigen kann und für mich ist auch solo content wenn ich sachen alleine mache sehr entspannt irgendwie immer ich weiß auch nicht ich brauche nicht immer eine gruppe oder einen raid oder wie auch immer das kann auch irgendwie einfach nur kräuter oder erz zusammen sein aha trading exploring zum beispiel auch das kennen viele gar nicht mehr im ursprünglichen ww vanilla 2005 gab es so eine richtige exploring szene sag ich mal die sind damals wirklich über berge immer gewandert in den morrow und so weiter hat man da neue routen gesucht wo man in die berge gehen konnte und neue sachen entdeckt dass man unter stormen konnte und so weiter das musste ja alles irgendwann mal entdeckt werden von irgendwelchen leuten das geht leider mit dem heutigen client nicht mehr so gut du musst dich vorstellen das originale vanilla hatte irgendwie eine andere engine oder anderen kleinen keine ahnung könnt ihr gerne mal in die kommentare schreiben wenn jemand von euch da mehr infos hat auf jeden fall war es damals leichter berge hochzulaufen man konnte quasi wenn das jetzt hier der berg war konnte man mit so einer technik so seitlich am berg hochlaufen da konnte man eben einfach viel mehr gegenden erreichen die man heute leider nicht mehr erreichen kann und ja das ist auch alles das waren so sachen die einfach solo content mäßig sehr viel für die spieler quasi geboten haben genau das waren meine top 5 leute jetzt haben wir es auch geschafft und sagt mir gerne mal in den kommentaren was sind eure top 5 vielleicht einfach mal so fünf oder fünf schlagwörter einfach reinballern was sind eure top 5 gründe warum ihr euch heute mehr als ein jahr nach dem release von ww classic immer noch sehr sehr gerne in das spiel einloggt ich bin gespannt und ich würde sagen wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video oder auf twitch wo ich dreimal die woche live bin immer sonntag dienstag und donnerstag ab 19 uhr in dem sinne bis dennne denn euer die feiler ciao ciao und